Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Capture One. Heute zeige ich euch, wie ich mein Grafik-Tablet für Capture One nutze, beziehungsweise wie ich das eingestellt habe, damit man es auch flüssig nutzen kann. Gleich nach den E-Tog geht's los. Gut, wenn man sich mit Bildbearbeitung beschäftigt, dann kommt man irgendwann einmal, zwangsläufig einmal zu einem Grafik-Tablet. Das war bei mir eben auch so, als ich angefangen habe, war zuerst nur die Maus und dann wollte ich unbedingt ein Grafik-Tablet haben und ich nutze es auch echt sehr gerne. Ich habe da ein Wacom-Induced Pro S. Und ja, wie stelle ich das Ganze in Capture One ein? Und ich habe mir da gedacht, ich zeige euch einmal Schritt für Schritt, was ich da eingestellt habe und dann zeige ich euch, wie ich das im Workflow nutzen kann. Dazu gehe ich einmal in den Classic Pen, in die Einstellungen und ich habe mir das einmal so eingestellt, dass der Pinsel weich ist. Das heißt, das Druckprofil ist so, dass ich wirklich nur das Tablet berühren muss und ich kann Pinselstriche ausführen. Das ist insofern ganz gut, wenn man länger am PC sitzt und irgendwelche Retuschen durchführt, dann braucht man keinen Druck ausführen. Und die Hand wird euch das dann irgendwann einmal tanken, dass man dann nicht ständig mit Druck irgendwo draufsteht. Vom Neigungswinkel her habe ich das auf hoch eingestellt, weil ich das Ganze eben wie einen Stift halt wie beim Schreiben und nicht ganz gerade. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz wichtig zu wissen. Wenn ihr dann bei dem Stift selber hier schaut, habe ich zwei Tasten auf meinen Stift in Reichweite. Das eine öffnet ein Bildschirmelement, das zeige ich euch nachher und das andere ist ein rechter Mausklick da. Beim Radierer habe ich nichts eingestellt, weil ich den auch an sich nicht nutze, weil ich nicht jedes Mal den Stift umstelle oder umgreife. Bei der Projektion, also die Express-Keys sind links eingestellt, nachdem ich Rechtshänder bin. Ihr könnt das hier aber auch in den Menüs so einstellen, wie ihr das wollt, je nachdem, wie ihr das eingerichtet haben wollt. Der Bildschirmbereich wird vollständig dargestellt, die Proportionen werden erzwungen und der Tablet-Bereich ist auf Teil gestellt. Und das hat einen bestimmten Grund, wenn ich das Ganze komplett darstellen würde, müsste ich mit dem Arm komplett umgreifen, dass ich überall meine Bereiche erwische. Je kleiner ich das habe, desto weniger muss ich meinen Arm bewegen, dass ich bei meiner Retouche im Bild arbeiten muss. Und wenn ich das jetzt hier so zeige, ich habe hier nur, bewege ich jetzt hier nur mein Handgelenk und kann im ganzen Bild herum fahren. Und ich muss jetzt nicht jedes Mal den Arm hin und her bewegen. Das hat auch ergonomische Gründe, probiert es mal aus. Es ist am Anfang ungewohnt, wenn man auf einem kleineren Bereich seine Dusche durchführt, aber mit der Zeit macht es es dann einfacher und es ist für euch dann im Endeffekt angenehmer. Gehen wir dann zu den Funktionen über. Wir haben bei den Express-Keys, ich habe noch das alte Windows Pro und da habe ich eben nur insgesamt sechs Express-Tasten. Und bei mir sind die oben mit der Shift-Taste, mit der Alt-Taste und mit der Steuerungstaste belegt. Und unten habe ich Maske, also Maske invertieren, Maske füllen und Luminanzbereich. Beim Touchring habe ich vier Auswahlmöglichkeiten. Ich habe den jetzt aber nur auf Zoom scrollen und drehen eingestellt. Ich hoffe, ich kann das bei einem Update einmal so einstellen, dass ich die Pinselgröße mit denen steuern kann und das nicht auf den Stift legen muss. Kabellos habe ich es nicht. Ich habe es mit Kabel verbunden. Und dann kommen wir zu dem Bereich, was wirklich interessant ist. Bildschirm-Bedienelemente. Da kann man sich hier eigene Bedienelemente einstellen und da hat man gleich einmal die Layout, wie das nachher aussehen wird. Und ich habe mich da hier für den Kreis entschieden, weil der acht Auswahlmöglichkeiten hat, wie ich das Ganze belegen kann. Und bei den anderen wäre es mir zu wenig gewesen. Und da habe ich eine Einstellung, die schaut dann aus wie ein Taschenrechner. Das heißt, ich habe, glaube ich, zwölf oder sechzehn Buttons nachher zur Verfügung. Und das wäre für mich dann zu viel gewesen, unbedingt unübersichtlich. Das soll ganz übersichtlich bleiben. Und da sind dann nicht jedes Mal Suchen-Busse. Es muss ja mein Workflow vereinfachen und beschleunigen können. Gehen wir aber zu meiner Einstellung zurück. Ich habe, wie gesagt, den Kreis hier eingestellt. Und dann habe ich hier Maske zeichnen, Maske löschen, einen radialen Verlaufsfilter, einen linearen Verlaufsfilter. Ich kann die Maske invertieren, ich kann Reparaturen und Retuschen hier durchführen und ich kann meine neuere Ebene anlegen. Dazu braucht man dann immer nur den Tastenanschlag wissen. Da kann man hier dann immer einstellen. Tastenanschlag B ist zum Beispiel für den Pinsel. Und dann kann man eben eine Maske zeichnen. Damit man das Ganze eben sich ansehen kann, ich habe unter bearbeiteten Tastenkombinationen könnt ihr eure Shortcuts belegen, wie ihr wollt. Ich habe zum Beispiel hier bei der Ebene Alt und B für eine neue Anpassungsebene genommen und Maske invertieren, so wie in Photoshop, Steuerung I, Maske füllen, Steuerung M und der Luminanzbereich ist Steuerung Alt. Die sind normalerweise nicht belegt. Wenn ihr euch da mal durchklickt und durchschaut, dann findet ihr sicher die eine oder andere Einstellung, die ihr für euren Werkflug gut einsetzen könnt und die das Ganze beschleunigen können. Gut, wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Ich habe, wenn ich die eine Taste auf meinen Stift drücke, kann ich hier zum Beispiel eine Maske zeichnen. Das wähle ich hier einfach aus. Ich habe jetzt da hier mein Stiftwerkzeug. Dann gehe ich hier mal so her und kann beim Gebirge bzw. den Himmel ausmalen. Dann gehe ich jetzt hier her und habe hier meine Zusatztaste. Capture und rechnet natürlich die automatische Maskenberechnung dazu. Das lasse ich eigentlich immer so eingestellt. Und jetzt kann ich hier mit der Taste Maske füllen lassen. Jetzt habe ich hier beim Gebirge natürlich noch ein paar Stellen, die ich aussparen möchte. Einfach Tastendruck auf dem Stift. Erase Mask. Dann kann man hier das Ganze wieder zurückholen. Wenn ich meinen Stift jetzt da einstellen möchte, kann ich das hier so machen. Ich drücke auf die oberen Tasten, erinnern wir uns, haben wir die Zusatztasten. Ich drücke die Alt-Taste. Rechte Maustaste ist die zweite Belegung auf meinem Stift. Und da kann ich jetzt hier die Größe einstellen. So. Echostift. Und jetzt gehen wir hier wieder auf Draw Mask. Und jetzt kann ich das hier nochmals so drüber malen. Und das Ganze funktioniert. Ich kann jetzt da natürlich auch sagen, ich möchte die Maske einen Luminanzbereich zuordnen. Da drücke ich einfach die Express Key Taste und kann mir das hier noch einstellen, was ich möchte. Zuweisen und habe wieder ein Bereich weniger. Mit der einen Zusatztaste, also im unteren Drittel, kann ich jetzt da hier Maske einblenden lassen und wieder ausblenden lassen. Wenn ich das Ganze aber invertieren möchte, dann brauche ich wieder meinen Stift dazu und dann gehe ich hier einfach auf Invertieren. und ich habe meine Luminanzmaske aufs Gebirge gerichtet. Das brauchen wir jetzt aber hier nicht. Wir lassen das hier so. Und jetzt klicke ich einfach wieder auf meine Taste hier und ich habe das jetzt da hier noch, ja hier, neue leere Ebene, füge ich hier hinzu. Dann gehe ich hier auf lineare Maske und ziehe mir hier das Ganze hier so rauf. Und jetzt kann ich hier auch sagen, okay, und ich habe hier mein Bild bearbeitet und ich habe noch immer nicht mein Keyboard eingestellt. Also wenn man das Ganze richtig einstellt, dann kann man sich den Workflow erleichtern und es ist auch ganz angenehm mit der Hand und nicht mit der Maus zu arbeiten. Das erfordert zwar ein bisschen Übung, aber mit der Zeit ist das dann ganz einfach. Und wenn man, ich sage mal, so wie ich zum Beispiel die Tools rechts hat und nicht jedes Mal links, dann muss man nicht auch jedes Mal rüber. Das erleichtert auch ein bisschen in der Ergonomie und es ist cool zum Arbeiten hier. Ich kann die Maske auch hier verschieben, wenn ich möchte. Ich kann mit der Umschalttaste, kann ich das hier einstellen und kann mit Masken und alles super arbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Aktiviert dann auch die Glocke, dann werdet ihr auch wirklich benachrichtigt. Ich habe in der Videobeschreibung einen Link zum Wacom Tablet und auch zum Capture One Shop. Wenn ihr Capture One 21 noch nicht bestellt habt, dann könnt ihr es dort über diesen Link auch tun. Wenn ihr euch weiter über Capture One austauschen wollt, ich habe eine Facebook-Gruppe und die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao Leute. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.